Mich macht glücklich mit meinem Hund zu gehen, dass wir uns gegenseitig immer helfen in der Klasse. Einmal hat in meiner Klasse einer nicht gewusst, wie man das rechnet und dann habe ich ihn geholfen. Rada basteln tun wir. Rada sind alte Leute und die spielen Spiele und ratschen miteinander. Wir basteln für die zu Weihnachten oder zu Ostern. Sie freuen sich sehr, sie bedanken sich immer und sie sagen, dass es sehr schön ist.